Zieht der FC Bayern wegen Xabi Alonso zusammen mit Wirtz den Kürzeren? Florian Wirtz ist so etwas als selbige Trophäe, selbige alle europäischen Top-Teams haben wollen. Welche Zweck spielt Trainer Xabi Alonso zusammen mit seiner Planung? München, geht Jamal Musiala für die nächsten Jahre mit seinem Kumpel Florian Wirtz in einer gemeinsamen Anstrengung auf Torejagd bei dem FC Bayern München? Davon zumindest fantasieren selbige Macher des deutschen Rekordmeisters. Doch dasjenige Rennen weil den Dreh- und Angelpunkt von Bayern 04 Leverkusen ist ein schwieriges. Den Trainer Xabi Alonso, der ihn stark hinter an der Spitze gebracht hat, könnte dasjenige Zünglein auf der Waage sein. Alonso träumt freilich von einem Bereitwilligkeit zusammen mit Real Madrid unter der Headline Privileg Bayer? Realtraum von Alonso setzt Bayern und Liverpool zwischen Zugzwang hatte Fußball. News bereits an dem 24. Februar des Jahres bezüglich Beraterkreise geschrieben, nach dem Beendigung der Zeitalter Carlo Ancelotti soll Alonso vollends ein gutes Stück über auf der Liste der königlichen stehen. Dies bestätigt inzwischen sogar Sky-Reporter Florian Plettenberg. Demnach zeige Manchester Stadtkern zusammen mit einer möglichen Beendigung von Schubgardiola Zugewandtheit an Alonso. Doch zusammen mit Bayer glaubt man offensichtlich, dass der spanische Trainer hinter Madrid ändern werde. Der Kontrakt des Italieners läuft freilich noch so lange bis 2026. Er gilt wie der Top-Kandidat für den Fall, dass Ancelotti aufhört. Aktuell steht Ancelotti hinter einem mäßigen Saisonauftakt und der 0-4-Debakel gegen den FC Barcelona dezent in der Kritik. Möglicherweise öffnet sich an dem Beendigung der Saison eine Tür für Alonso. Bei Alonso wechsel, Aufgang zusammen mit Real selbige Wege auf einen Wirtsübertragung? Beeinflusst das sogar selbige Planungen von Wirts, dessen Abkommen in Leverkusen noch so lange bis 2027 läuft? Plettenberg spekuliert, damit würden selbige Wege auf einen Übertragung von Wirts zu Real Madrid steigen. Es soll nur Gespräche unter der Wirtsfacette und dem königlichen bestehend haben. Bayer will offensichtlich vermeiden, ihn an Liga-Konkurrent FC Bayern zu verlieren. Ein Abdikation hinter Madrid wäre fair freilich Dito schmerzhaft. Doch in dem Leute in der Umgebung wäre dasjenige Fassungskraft für den Verbindungsstelle in selbige spanische Hauptstadt zu einem erfolgreichsten Klub der Welt ganze größer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017